Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Smackdown ich habe immer so ein Fail WWE 2 Nein WWE 13 es feiern heute zwei Wrestling Return und das genau in ein Match ich fange mal an. Jeff Hardy gegen Brock Lesnar. Ich meine Brock Nein Jeff John Cena gegen The Rock gegen Antonio Cesaro. Ich meine Antonio holt das Ding an. Nein John Cena gegen The Rock Michelle Las Vegas gegen Beth Phoenix. Ich meine Michelle jetzt Batista gegen Kevin Ash. Ich meine natürlich der Animal Batista und so ist es auch. Ja und jetzt das Main Event ich sag der es feiern zwei Superstars ihr Return einmal D an der Ticker und einmal D Call LP Einzug aus und es geht los Kritischer Schadenkopf Oh yeah So So die andere Ticker kommt Das ist ein falsches Seto bei mir und ich bin voll pikselig Kane? Wo ist er? Okay Habe ich es jetzt richtig verstanden Kane hat seinen Bruder in Stich gelassen Aber wie man weiß Anathaker kann es ja auch alleine mit zwei aufnehmen Aber ob er es diesmal schon wird wir essen doch nicht Hä 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 Oh Hä Hä Wattdefack was passiert hier Sie treten auf den Ticker ein Grein Da ist Kane Da ist Cain! Hat er sich versteckt, der Lümmel, oder was? Das scheint doch gekonnt hat! Irgendwas war mit Cain! Ach du... Du Affe, ey! Was ist los? Tag! Aua! Bam! Und jetzt müssen wir gegen The Brows auf das Rutschen! Ah, das wird jetzt schon schwer! Ja! Deswegen sind wir im Comeback-Moment! Close-Line! So, wir haben den Signature! Wir schmeißen Cain runter! Das ist natürlich eine sehr starke Herausforderung für Patrick und die Call! Und der Tombstone-Piledriver! Ja! One! Two! Boah! Schade! Aber Undertaker blutet schon! DDT! WDDT! Wo wieder bewerblich! I- hab' die Auch wenn ich gewonnen hätte, ne. Diesmal ist aber kein von Anfang an da. Glaube ich. Oder die machen das nochmal. Wäre auch cool. Ah, die machten es sogar noch einmal. Das finde ich cool. Ja. Und das Bier. Komm mir einfach mal rein, um ihm ein Spiel zu geben. Sehr geil. Ach, Mann, ey. Komm, die Call, komm. Ja, und apropos, die Call. Guck mal wieder auf seinem Kanal vorbei. Ab Januar wird wieder sehr coole Sachen kommen. Komm, weißt du was, da kann ich's doch nicht ansehen, ey, komm. So. So. Ah, jetzt passiert's. Ja, können sie geil werden. Oh, look at this. Not the position you want to be in. Wow. Und wieder dieses festhalten. Jetzt ist natürlich Kane da. Und jetzt geht's ab. Oh, was hat der für? Was hat Kane für? Und doppelt. Nee. Beschreib mich doch nicht die ganze Zeit auf Facebook an, Mann. Ohne Scheiße, ey. Ich hab dir gesagt, ich bin noch mal aufnehmen. Boah, ey, ich hasse so. Na, Junge. Ich schwöre, Junge, reg mich nicht auf. So, warte kurz. So. Okay. Habe ich die nervigen Chat-Töne aus. Aber mich regt das auf. Ja. 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 Ich will nicht die SIS Qualifikation verlieren. Ja. Es kommt. Es ist viel zu stark. Ich muss jetzt schon Comeback einsetzen. Nach einer Kack-Aktion. Oh, ich habe mich geholfen. DDT. Noch ein DDT. Kommt Cain raus. Kommt Cain raus. Ja, Dropkick. Mann. Ja, klar. Boah. So. Komm her, komm her, komm her. Und F5. So, und jetzt gehen wir nach draußen. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Denn da hat ja dein Bruder was Schönes aufgebaut für uns. Tombstone. Auf den Tisch. Sah schön aus. Ja. 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 Was. Was. Wohin mit deinem. Ja. 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 Scheiße. Scheiße. Sehr gut. Bulldog. F5. BAM. 1, 2, 3 Es war's The bank John Ruronitis? Hey John Ruronitis? Was? Hä? Was hat jetzt John Ruronitis damit zu tun? Mal gucken Was mache ich jetzt noch kurz in dem Pod? John Ruronitis Tell me what you see Egal Ich würde mich freuen wenn ihr im nächsten Pod wieder einschalten würdet Tschö Leute und haut rein jäbben 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 K Jäbben Jäbben Vielen Dank.